muss über tritt natürlich bleiben stehen bleiben stehen weil du kennst dann aber direkt und schaden mache ich nicht ich glaube nur die umgebung brand macht schaden ich habe immer das gefühl wie es von echtem arsch der welt ich glaube hinter uns sind leute wenn ich mich nicht täuscht hinter uns hinter uns hinter uns jungs ich habe selbst gehört aber ich habe den happy ja ich krieg das nicht hin das runter zu schießen ich habe echt probleme konnte knicken kannst du das ist so eine scheiße das wird mir falsch angezeigt die scheiße 86 hat noch geklappt und nun zwei leute na ja das sind zwei leute der anderen zwei ist noch draußen der hat den einen mitgenommen ich glaube rechts ist gut das cash da ein cbc hier oder was ist hier und ich habe jemanden hey hallo drücken nein mein gott ich krieg die kriege nein nein keine ahnung Heavy, Heavy neben mir Hier hoch, hier hoch, oh ich bin nach oben Lol, ich hab versucht irgendwie zu zäh zu kommen Hier, hier ist ne Subline Oh nein, der versucht mich, oh nein Wunder gefallen Wow, hab ihn, hab ihn Abgeben Heimlich kurz, heimlich kurz, heimlich kurz Oh, oh, oh Jungs, richtig geil grad Mega Okay, wohin Äh, äh 3 Ich hab den grad mit dem Smash gekillt Das war voll geil Mega Ich hab den mal ran Äh, hier ist ne Subline Lol, da ist gerade ein runtergestrungen Hä? Ach Gott, Sack Die Subdue der Revolver Manchmal Blancheln Lot, der hat mich mitten Mit was? Jungs, hier geht's raus Oh shit, da ist er gleich nochmal Meine Güte Das ist unglaublich Die überleben immer mit einem Strich von hier Mann, Alter, man darf nicht wegkucken, ne? Das ist richtig wärmend Du bist denn du jetzt Ich kapier's ganz Wir halten uns wieder zu sehr auf mit den Leuten Hier Hier Oh, was hinter uns rum Ach, kack, kack Nein, der hat mich mit einem Smash gekillt Und wollte ich auch da machen Der hat fast tot, der Heavy Wir halten uns wieder zu sehr auf mit dem Fight hier grad Das ist richtig unnötig gewesen Ja Wir hätten beide müssen, ja Wir hatten da jetzt eigentlich grad in diese Tür diese Schaumgranate hinzuschneiden Ja, das war der Gegner Gegen den ich gefeiert hab Weil der wollte mich treffen Und Ja, das hat uns richtig so fit Aber wir sind ja nicht mehr reingekommen, deswegen Ja Ich kann so viel voll schnell, dann fahrst du so gemütlich hoch Das ist wirklich lustig Ich muss halt darüber Wir Be raised Noch wem Für, wir Wo seid hier seid ihr bei den lindern nenne hier auch schon die proberen uns einfach immer wieder aus den augen ja es ist gut weil ich zehn mal auf der zeit war irgendwie hier bin ich runter gesprungen mann ich bin schon weiter ein cash von uns müssen du jetzt machen ich sehe es immer so schwer dass ich bin hier waren die lindern da unten ja sagt das abin das kommt den können wir uns jetzt alle kommt geld geld 1 2 1 oder oben hoch der also links wird zwar noch mal für uns überall keine ahnung ich habe wieder auch das problem ist dieses flüchten ich glaube das problem ist dieses glückchen und abgeben abgeben sie durch 1000 richtig ich wollte euch bin instant gestorben ich bin gespawnt da man vier gegner oder so ich sehe auch nicht keine ahnung ich sehe niemanden das sind alle totes gerade glaube ich ja ich glaube geld liegt einfach nur da und er sammelt da alle ein alter wie krank 15.000 erin zu b er wollte zu b das habe ich gesehen dass man zu b man jetzt spring doch da hoch du fackfotze wo ist b ich glaube hier unten machen wir nie wieder nach b da hinten läuft da ist er ja schmeiß was ich hab ihn hab ihn hab ihn ok ich schmeiß Schild ja 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 das war jetzt mega manchmal muss man einfach darauf achten wo die hinrennen aber ich habe mich ich habe mich